moin moin an alle ls19 freunde und willkommen zur zweiten episode von meine kleine farm mein name ist patrick unterstrich gamer unterstrich 02 und ihr habt euch richtig entschieden so wir gehen jetzt als erstes hin bauen unter dem hof ein bisschen aus das heißt hier kommt ein hofsilo hin dann brauchen wir hier interdiverses müsste das sein genau so dann werden wir jetzt auf jeden fall erstmal hier die feldarbeit erledigen auf feld 57 da haben wir sowieso einfach was zu tun so so So, auf jeden Fall. Haben wir jetzt hier noch ein bisschen zu tun, weil Felsjubo 15 ist ja auch ziemlich groß. So, auf jeden Fall. 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 So, passt immer noch rein. Wir haben gerade mal 90%. Okay. Auf jeden Fall. Hab ich mir jetzt überlegt, naja, ich meine, das Spiel LS22 abstürzt. Äh, tun wir jetzt hier weiter auf 19 zu streamen. Weil wir haben ja keine andere Wahl. So, dann hab ich mir dann überlegt, fahr ich doch ne neue Serie an. So, dann hab ich mir dann überlegt, fahr ich mal. So, dann hab ich mir dann überlegt, fahr ich mal. So, dann hab ich mir dann überlegt, fahr ich mal. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, auf jeden Fall haben wir es beinahe geschafft. Das abzuernten. Okay. 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 Ok. So. Auf jeden Fall tun wir jetzt hier erstmal alles aberrten von Sojabohnen. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Geld rein und das können wir nicht gut gebrauchen. Deswegen. So. 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 dann brauchen wir hier den Klaas. So. 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 Machen wir jetzt hier erstmal die Feldarbeit. Das müssen wir jetzt hier machen. Aber wir haben ja kaum Geld, um was zu machen. Wir haben ja auch noch keine eigenen Felder. Das haben wir ja auch noch nicht. Und deswegen müssen wir das jetzt hier erstmal fertig machen. Und dann können wir nicht das hier auch nochmal jetzt... Gleich nochmal zurück. Wir fahren an der Abladestelle. Und dann können wir den Auftrag auch schon beendigen. Deswegen... Dann ist das erledigt. Und so... Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen... So. Und dann passt das jetzt. Dann bringen wir jetzt erstmal... Die Erntemaschine... Die Erntemaschine... Die Erntemaschine... Und dann passt das... Vielen Dank. Für das geügte Auge, ihr kennt bestimmt schon die Karte, Mühlenkreis Mittelland bei LS19, das ist nämlich die Karte wieder, deswegen. So, dann fangen wir hier wieder rein. Und dann bringen wir mal einen Geernt zurück. Und dann kommen wir hier raus. Und dann passt das. Okay. So. So. Auf jeden Fall, müssen wir mal gucken, was wir jetzt da nicht rauskriegen. So. 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 Und dann mal gucken, Aufträge, da haben wir hier und abschließen. Okay. Äh. Feld 17 haben wir dann. Düngen haben wir. Okay. Nur das Problem daran ist, uns fehlt die Düngemaschine. Düngemaschine. Die könnten wir uns aber locker leisten. Wir müssen dann mal gucken. Das müssen wir mal gucken. Psychialltag. Lohnt sich das? Äh. Ja... Ja... So Jetzt bringen wir mal eben den Anhänger zum Hof So Dann brauchen wir jetzt die Düngermaschine Oh, die reicht So So Ja... So Wir können ja mal gleich gucken Was uns die ersten paar Felder kosten Mal gucken Ja... Gleich so teuer Hm... Gleich so teuer Hm... Das kaufen wir uns auf jeden Fall Weil das schon erntereif ist Ja und das Wirkung uns im Moment nicht leisten Wirkung uns im Moment nicht leisten So So... Auf jeden Fall sind wir jetzt Auf dem Weg zu Feld 46 Und das mal eben zu düngen Und das mal eben zu düngen So... 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 Und dann haben wir jetzt hier auch erstmal was zu tun Und dann haben wir jetzt auch erstmal was zu tun So... 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 So, auf jeden Fall. So, wird das jetzt so sein. Lassen wir jetzt hier erstmal alles fertig machen. Und deswegen. So, hier geht es. So, hier geht es. So, hier geht es. So, hier geht es. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier gleich das Feld fertig. So, hier geht es. 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 Vielen Dank. 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 So, dann ist das auch fertig. Feld 58, das Rack hier. So, so... So, auf jeden Fall haben wir das jetzt hier gleich auffällig. So, und dann fahren wir jetzt zum Hof. So, so, so... So, so, so... So, 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 so... So, 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 so... So, 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 so,